Ein 41-jähriger Schalksmüller wurde heute Nachmittag gegen 13.20 Uhr auf der Paulmannshöher Straße von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Der Mann hatte offensichtlich versucht, die Paulmannshöher Straße in Höhe der Schelltangstelle zu Fuß zu überqueren. Nach Polizeiangaben hatte er dabei wohl nicht auf den fließenden Verkehr geachtet und wurde von dem Corrado eines 24-jährigen Meinheitssagener erfasst und auf die Straße geschleudert. Der Mann erlitt Kopf, Brust- und Beinverletzungen und wurde vor Ort notärztlich behandelt, bevor er mit dem Rettungswagen in die nur etwa 200 Meter entfernte Notfallaufnahme des Kreiskrankenhauses Hellersen gebracht werden konnte. Während der Unfallaufnahme war die Paulmannshöher Straße für eine knappe Stunde gesperrt, was zu einem Rückstau auf der Herrscherder Landstraße und auch aus Richtung Krankenhaus führte. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 2.850 Euro. Der junge Pkw-Fahrer aus Meinheitshagen erlitt einen Schock und wurde notfallseelsorgerisch betreut.